Hallo Freunde und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute heißt es wieder Spoiler-Warnung. Und natürlich entsprechend namensgebender Content wird heute das Spin-Hoff von Bridgerton behandelt. Und ich muss schon sagen, Bridgerton ist eine Serie, die ich persönlich sehr faszinierend fand. Ich bin ein extremer Fan davon. Mir gefällt das Szenario, mir gefällt die Idee, das Ganze mit einem schwarzen Cast zu besetzen und somit nochmal die englische Historie so ein bisschen aufzuzeigen, das aber mit auch vielen Fantasie-Elementen auszubreiten. Und letztendlich ist es ja sowieso nur bedingt historisch, also kann man das schon so machen und das ist auch sehr, sehr spannend umgesetzt. Und natürlich haben wir nicht nur die Erweiterung von einer zweiten Staffel bekommen und auch bestätigt eine dritte Staffel und sogar eine vierte Staffel. Nein, wir haben auch einen Spin-Off bekommen und dieses Spin-Off beinhaltet insgesamt sechs Folgen, ungefähr 50 Minuten pro Folge. Und das ist natürlich hier absolut angebracht, das hat absolut seinen Zweck erfüllt und deswegen steigen wir auch direkt ein. Es geht hier natürlich nicht mehr um die Familie Bridgerton. Ihr könnt euch ja vorstellen, auch in der Hauptserie sozusagen werden jetzt nach und nach die ganzen Kinder behandelt. Wir hatten ja erstmal die älteste Tochter, die dann durch den ersten Ball dann auch verheiratet wurde. Dann habt ihr den Vizegrafen, jetzt haben wir den nächsten Bruder, dann den nächsten Bruder. Dann werden wahrscheinlich die Töchter behandelt. Also wir haben halt die ganze Familie Bridgerton, die im Vordergrund steht. Und hier haben wir halt die Entstehungsgeschichte von unserer Queen Charlotte. Und das ist natürlich hier auch sehr, sehr spannend, weil bestimmte Charaktere natürlich auch mit auftreten. Weil ganz klar, an Betracht der Altersunterschiede sind natürlich bestimmte Leute hier im Fokus und andere wiederum nicht. Und was wirklich gelungen ist, ist natürlich die Tatsache, dass sie es geschafft haben, das Ganze so ein bisschen mit der Bridgerton-Zeitperiode sozusagen zu vereinen. Das heißt, wir bekommen Elemente zum einen natürlich aus der Vergangenheit und zum einen auch aus der Gegenwart. Beziehungsweise aus der zukünftigen Gegenwart kann man schon fast sagen, weil es spielt dann wahrscheinlich rein logisch gesehen nach Staffel 2. Alles, was da gerade passiert, scheint wirklich so ein bisschen ein Übergangsszenario zu sein. Und auch bestimmte Entschüllungen, die natürlich im Vorhinein noch nicht relevant wurden, zeigen, dass es halt auf jeden Fall nach Staffel 2 spielt. Und das ist hier ein Wahnsinnsübergang. Zum einen sieht man halt erstmal in der zukünftigen Zeitperiode sozusagen auch die Kinder der Königin, was es auch nochmal spannender macht. Weil sie hat ganze 13 Kinder, darunter sehr viele zu alte Jungen gefahren, muss man schon sagen. Und natürlich auch sehr viele männliche Erben, die aber nicht gerade der Nachkommenschaft zugetan sind. Außer natürlich, es geht um uneheliche Nachkommenschaft. Aber man kann es hier so ein bisschen an den Vizegrafen, an den früheren Herzog anlehnen. Es ist natürlich so, dass sie unverheiratet sind und noch nicht wirklich die Linie, die Erblinie fortgeführt haben. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Gerade wenn man dann nochmal die Vergangenheit sieht, sieht man auch die Wichtigkeit darin. Und dass man das halt auch nicht auf die leichte Schulter nehmen kann. Deswegen finde ich das hier sehr, sehr gelungen. Zum einen sieht man die Vergangenheit, wo halt dann durch diese Entscheidung, durch dieses Experiment, wie es hier vertitelt wird, die Idee aufgegriffen wird, sich an das deutsche Adelshaus zu wenden. Und da kommt man natürlich dann an eine Dunkelhäutigere. Und diese Dunkelhäutige wird dann ins englische Königshaus eingeführt. Ist natürlich ein Experiment, ist ein Versuch. Aber damit geht natürlich auch ein gewisser Hofstadt einher. Weil die Königin braucht natürlich dann auch einen Hofstadt, dass sie an eigenen Leuten bestehen. Und dadurch ist auch dieser ganze Trend jetzt entstanden. Nach dem Motto, wenn sich der König schon eine dunkelhäutige Frau sucht, dann können das andere auch tun. Und das erweitert auch so ein bisschen das Herzogtum. Und das ist auch sehr, sehr interessant tatsächlich, wenn man sich die späteren Ereignisse vor Augen führt. Und hierbei wird es natürlich auch sehr relevant, dass man dann diese Königslinie auch fortführt. Wir haben ja auch von zum Beispiel König Schorsch in der Hauptserie kaum was mitbekommen. Und hierbei sehen wir seine gesamte Vergangenheit, seinen Werdegang, wie ihn seine Krankheit beeinflusst hat, was man da versucht hat, dagegen zu tun. Und auch eine wunderbare Darstellung von seiner Mutter. Wahnsinns Schauspielerin. Ich meine, wer Game of Thrones kennt, Catelyn Stark, sollte ein Begriff sein. Unglaublich gut umgesetzt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch allgemein dieses Zwischenspiel. Ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von Lady Downbury. Und diese bekommen wir hier in voller Gänze nochmal in junger Form auch zu sehen. Und wir sehen auch, wie sie sich entwickelt hat, warum sie so raffiniert wurde. Und natürlich auch ihren kompletten Werdegang. Auch ihr früheres Zusammenspiel mit einer jungen, damals noch nicht Richard, aber mit einer jungen Victoria, die ja natürlich dann später als Mutter dienlich war. Extrem interessant. Auch die Parallele, dass sie halt dann wirklich eine Beziehung irgendwie mit ihrem Vater hatte, zumindest temporär. Wir sehen halt, was aus Lord Downbury wurde. Was das für eine Art von Mensch war. Warum sie halt dann so lange halt eben die Witwe Downbury geblieben ist. Sehr, sehr spannend. Sehr interessant. Und auch, wie sie ihre Macht bekommen hat natürlich. Wie sie mit der Königin interagiert hat. Das sind wunderbare Elemente, die damit eingeflossen sind. Wir kriegen auch natürlich unsere geliebte Lady Whistledown zu sehen. Natürlich nur in der späteren Periode. Das ist ja auch klar an Betracht dessen, dass sie damals noch gar nicht mal auf der Welt war. Aber allein das reicht schon aus, um diesen Beigeschmack zu bekommen. Wir kriegen die wieder die Erzählerperspektive, die wunderbar gelungen ist. Also alles und allem muss ich schon sagen, es hat mir unglaublich gut gefallen. Das war ein Spin-Off, wie es nicht hätte besser sein können. Wir haben sechs Folgen bekommen. Es ist unglaublich kompakt. Man kann es wirklich an einem Abend durchschauen. Genau wie ich das den gestrigen Abend getan habe. Es reicht halt wirklich komplett aus. Es ist absolut spannend. Und ich kann hier eigentlich kaum was Schlechtes entdecken. Letztendlich ist es genau das, was es hätte sein sollen. Es war genau die perfekte Vergangenheit. Es hat es symbolisch so ein bisschen besser gemacht. Es hat die Königin nochmal besser dargestellt. Sie in ein besseres Licht gerückt. Hat auch gezeigt, wie sie mit dem König umgegangen ist. Weil ich muss auch sagen, davor hat es ja den Eindruck erweckt, als würde sie nur darauf warten, dass ihr Mann endlich stirbt. Und sie dann halt die alleinige Macht sozusagen hat. Oder zumindest halt sich nicht mehr nur um den König kümmern muss. Aber es ist wirklich nicht der Fall. Es zeigt, dass es hier ganz anders ist. Dass sie wirklich junge Verliebte waren. Dass sie unglaublich aneinander hängen. Dass sie ein wunderschönes Paar waren. Und auch durch die Entwicklung, dass sie dann trotzdem noch an seiner Seite geblieben ist. Trotz dieser Krankheit. Man kann hier sagen, es ist eine Form der paranoiden Schizophrenie. Es ist aber ein bisschen schwieriger. Weil Geisteskrankheiten sowieso in dieser Zeitperiode anders gehandhabt wurden. Und die Serie setzt es ja hier sehr detailgetreu, um was sowas angeht. Deswegen sagen sie nicht wirklich auf, was es ist. Weil sie es in der Universität ja gar nicht kennen. Deswegen wird es hier nur so suggeriert. Aber es scheint wirklich so zu sein, dass er an einer Nervenstörung leidet. Und das führt halt dann zu paranoiden Schüben. Und das kann ihn halt dann komplett aus der Bahn werfen. Geht auch in Form einer Persönlichkeitsstörung über. Ist ein bisschen schwierig. Könnte man auch als bipolar bezeichnen. Aber das ist ein bisschen zu weit hergeholt. Deswegen bin ich da nicht sicher und will da nicht zu weit spekulieren. Zumindest scheint es aber auf jeden Fall eine Form der paranoiden Schizophrenie zu sein. Und aufgrund dieser Krankheit kriegen wir halt einen Charakter in Form von König George zu sehen. Der zum einen durch diese Krankheit sehr gestört ist und sehr viele Probleme mit sich bringt. Aber trotzdem ein Wahnsinnsmensch ist. Ein sehr, sehr guter Mensch ist. Und das kriegen wir direkt im ersten Eindruck zu sehen. Es scheint wirklich so ein bisschen was suggeriert worden zu sein. Was ich hier ganz interessant fand. Am Anfang hat es den Eindruck erweckt, als würde irgendwas mit dem König nicht stimmen. Zumindest er hatte erstmal ein gutes Auftreten. Er war total souverän. Und dann stimmte irgendwas nicht. Er wollte nicht die Nacht mit seiner Königin verbringen. Ich meine, eine junge, wunderschöne, 17-jährige Königin. Die nur darauf wartet, im Prinzip die Hochzeit nachzuvollziehen. Und er weigert sich. Natürlich hat man hier versucht, ihn als homosexuell darzustellen. Zumindest wollte man das suggerieren. Das wurde aber relativ schnell dann aufgehoben. Aber es war halt der erste Grundgedanke, der dann erstmal eingedrungen ist nach dem Motto. Ja gut, das könnte sein. Und deswegen will er das Bett mit ihr nicht teilen. Und das könnte auch der Hintergrund sein, warum dann dieses Geheimnis da entsteht. Weil man wusste natürlich in erster Instanz ja gar nicht, was das Geheimnis ist. Und somit hat sich das so ein bisschen über die Laufbahn sozusagen ausgebreitet. Und man hat immer wieder spekuliert, okay, was könnte es sein? Ist er ein Wahnsinniger? Oder würde er versuchen, sie irgendwie in irgendeiner Form zu schaden? Ist er gewalttätig? Ist er homosexuell? Und will deswegen das Bett nicht mit ihr teilen? Und dieses Geheimnis muss natürlich vor dem Königshaus gehütet werden. Aber nein, das ist eigentlich simpel auf eine gewisse Art. Man versucht nur, seine Geisteskrankheit so ein bisschen zu verbergen. Weil aufgrund dieser Geisteskrankheit kann man nämlich dem Königshaus komplett schaden und die Monarchie auch ungefähr beenden. Weil letztendlich könnte man den König dann die Krone aberkennen. Und das würde alles in allem die Monarchie auch beenden. Viel mehr könnte man dann nicht machen. Das Parlament würde sich in den Vordergrund stellen. Und das ist natürlich auch dieser Konflikt, der mit der Mutter einhergegangen ist. Der dann wirklich auch auf die neue Königin, also unsere Queen Charlotte, übertragen wurde. Und das zeigt auch, in welchem Konflikt sie immer stand. Es zeigt, was sie durchmachen musste, was sie mit sich bringen musste. Trotzdessen hat sie versucht, ihre 13 Kinder zu erziehen. Was gar nicht so leicht war, da sie auch sehr viele Probleme hatten. Sie wollten ihrem hohen Anspruch gerecht werden, Kinder erzeugen. Das hat aber nicht so geklappt. Die ganzen Töchter hatten Fehlgeburten. Also eine sehr, sehr tragische Geschichte. Und eine unglaublich schöne, aber trotzdem tragische Liebesgeschichte, die mit ihr und King George einhergeht. Man hat es auch am Ende nochmal gesehen. Das war wirklich eine Szenerie, die einen auch so ein bisschen zu Tränen gerührt hat. Als es darum ging, dass sie da unter dem Bett lagen. Ja, kurz wieder bei klarem Verstand war. Und sie sich dann in der Vergangenheit gesehen haben. Und dann wieder in der Gegenwart. Wunderschön gemacht. Sehr rührende Szene. Hat mir sehr gut gefallen. War aber echt ein trauriges Ende. Muss ich schon sagen. Es ist halt wirklich eine tragische Geschichte. Aber wunderschön umgesetzt. Coole Charaktere. Wunderschöne Darstellung der jungen Lady Downbury. Muss ich schon sagen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und alles in allem bin ich hundertprozentig zufrieden. Ich freue mich auf die dritte Staffel. Ich freue mich auf die vierte Staffel. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.